Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Elektroler Futura und ich habe vom Produzenten vom Kabinenroller Elektron neue Videos bekommen und die möchte ich Ihnen gerne präsentieren. Und so sieht er aus, unser Kabinenroller Elektron hat zwei Sitzplätze, fährt 45 kmh, hat 2200 Watt. Man kann ihn auch als 25 kmh Version bestellen und man kann ihn haben mit einem fest verbauten Bleigel Akku. Mit 58 Ampere und 60 Volt oder mit einem herausnehmbaren Lithium Akku, den können Sie dann auch in Ihrer Wohnung aufladen, was natürlich ideal ist für alle Leute, die in der Stadt wohnen. Und man kann auch zwei Lithium Akkus in den Kabinenroller Elektron reinpacken und hat dann eine Reichweite von bis zu 140 km. Also das ist wirklich gewaltig. Und wie man sehen kann, haben wir hier einen drehbaren Sitz, was natürlich ideal ist für alle Leute, die Probleme haben mit den Beinen. Und wie man auch sehen kann, wir haben da ein Lenkrad, der Sitz ist nach vorne und nach hinten verstellbar. Und in diesem Fall gibt man ganz normal Gas mit dem Fuß, also wie man es auch beim Auto kennt. Und hier sieht man den Display, der flackert natürlich nicht so wie hier im Video, das ist immer von der Kameraeinstellung. Das ist ein ganz schön leuchtendes, dauerhaft leuchtendes Bild. Und den Kabinenroller in der Bleigel-Version gibt es schon ab 5.999 Euro auf der Homepage von Elektroller Futura. Sie haben alle Funktionen, die man auch vom Auto kennt, hier den Scheibenwischer. Sie haben eine ganz tolle Heizung mit 800 Watt. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut von diesem Kabinenroller. Wie gesagt, wir von Futura hatten schon verschiedene Kabinenroller im Angebot. Und der Cruise und der Elektron sind wirklich die allerbesten, die wir je hatten. Und deswegen sind wir auch total froh, diese Kabinenroller zu haben. Also die kann ich Ihnen nur wirklich sehr, sehr empfehlen. Wir haben, wie gesagt, elektrische Fensterheber. Und sie haben auch ein Bluetooth-Soundsystem. Das heißt, ihr könnt ihr Handy koppeln und ihre Lieblingsmusik hören. Aber wie gesagt, die Heizung hat 800 Watt. Und damit kann man dann auch im Winter sehr bequem fahren. Und im Sommer kann man zum Beispiel hier, wie man es hier auch sieht, die Scheiben öffnen. Und dann hat man immer einen schönen Durchzug. Und hier unsere Partner haben hier das Video in den Park gedreht, wie man sieht. Das ist natürlich schön, weil man dann halt noch eine sehr, sehr schöne Umgebung hat. Und das Tolle an dem Kabinenroller ist, die Versicherungskosten betragen ab 50 Euro pro Jahr erst steuerfrei. Man muss nicht zum TÜV. Man muss den nicht anmelden bei irgendeinem Verkehrsamt. Sie bekommen ein COC-Papier mitgeliefert. Und damit gehen sie einfach zu ihrer örtlichen Versicherung und bekommen dann ihr Kennzeichen. Und das ist schon alles. Und dann kann es direkt losgehen. Und wie gesagt, wir haben auch noch viel mehr Videos und Infos auf der Homepage von Elektroler Futura. Schauen Sie da einfach mal. Ich habe auch den Link, auch hier in der YouTube-Beschreibung. Da habe ich unten drin in der Beschreibung. Da kommen Sie direkt zu dem Angebot. Und das Tolle ist einfach, wir von Elektroler Futura haben mehr als 300 Servicepartner und verkaufen seit über 10 Jahren Seniorenmobile und Kabinenroller. Wir sind da also wirklich absolute Experten und wir haben alle Ersatzteile auf Lager. Das heißt, durch die 300 lokalen Servicepartner haben Sie immer einen Servicepartner in Ihrer Nähe. Wir stehen immer für Sie zur Verfügung von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 1 bis 5 per E-Mail, per Telefon, per Chat. Wir sind wie gesagt absolute Experten in dem Gebiet. Wir machen das jetzt schon seit über 10 Jahren und da können Sie sich immer auf uns verlassen. Und wie gesagt, das Tolle daran einfach ist, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht mehr so gut Auto fahren kann, dann ist der Kabinenroller die perfekte Alternative. Also der Kabinenroller Cruise ist sogar führerscheinfrei in der 25-Kamera-Version, wenn man vor 1965 geboren ist. Und für den Kabinenroller Electron braucht man einen Autoführerschein oder einen Rollerführerschein der Klasse AM. Und was gibt es Besseres als einfach loszufahren, einkaufen zu gehen. Man kann damit alles machen. Man kann wie gesagt Freunde besuchen zum Arzt und ist einfach wieder mobil und das ist doch klasse. Oder man sagt einfach, ich verkaufe das Auto und habe fast überhaupt keine Fixkosten. Und kann aber trotzdem in der Stadt ganz normal mit fast 50 kmh durch die Gegend fahren. Wenn Sie das Video mögen, dann liken Sie das doch, teilen Sie das doch. Und für mehr Infos einfach schauen auf der Homepage von Elektro oder Futura. Tschüss und Dankeschön. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura.